Heute mit der wunderbaren Heike Maria Neumann. Heike und ich, wir haben etwas gemeinsam. Wir nutzen nämlich ein sehr innovatives Produkt gemeinsam und haben uns in einem Zoom-Call kennengelernt, der vieles in meinem Leben bewirkt hat und ich glaube auch vieles im Leben von Heike bewirkt hat. Und deshalb ist sie heute hier in meinem Podcast. Liebe Heike, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke dir, lieber David, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, das ist sehr schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ich glaube, das wird jetzt für unsere Zuhörer und Zuschauer da draußen ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Denn kennengelernt haben wir uns darüber. Also ich habe das jetzt in einer Trinkflasche. Das Ganze nennt sich Zellnahrung und hat in meinem Leben ganz, ganz viel bewirkt. Nämlich nach 25 Jahren Leiden an Tinnitus ist der Tinnitus vorbei und es sind auch einige andere sehr interessante Sachen passiert. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollen die Heike kennenlernen. Wir wollen wissen, wer Heike ist und was Heike antreibt. Und darum, liebe Heike, stell dich erst mal vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Ja, ich bin Heike-Maria Neumann und ich komme hier aus dem schönen Markgräfler Land südlich von Freiburg. Ich bin seit 2020 selbstständig als Heilerin und Heilbewusstseinscoach. Und das treibt mich an. Man nennt mich auch die Botschafterin des Glücks. Das war mein erster Workshop. Da haben mich die Menschen so genannt. Und dafür stehe ich so für dieses Lebensfreude und in die Selbstheilung wieder zu kommen, zu schauen, was hat mich vielleicht krank gemacht oder warum stehe ich jetzt an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es nicht weiterzugehen. Das ist so meine Message. So Menschen die Hand zu reichen, zu sagen, hey, ich möchte was verändern, aber ich weiß nicht wie. Kannst du mir helfen? Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mich ja damit auch schon beschäftigt. Es gibt ja ein Buch, die Krankheit, das Symbol. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo ja auch darauf eingegangen wird, dass Geist und Körper zusammengehören und dass sehr, sehr viel von dem, was wir ausstrahlen, was erleben, einfach auch zwischen den Ohren passiert. Das heißt, wenn ich einen negativen Geist habe, dann werde ich auch Krankheiten anziehen oder anfälliger für Krankheiten sein. Wenn ich ein positives Mindset habe, passiert genau das Gegenteil. Jetzt ist es halt so, dass wir heute in sehr, sehr schwierigen Zeiten leben, in Zeiten, die sehr herausfordernd sind für viele Menschen. Und da sind solche Leute wie du sehr, sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, wer sind denn eigentlich deine Kunden? Wer kommt zu dir? Und vor allem, wie kommen die Leute zu dir? Also sie kommen hauptsächlich online zu mir über soziale Medien. Da bin ich präsent. Und es sind Menschen, die an so Weggabelungen stehen, aber nicht den ersten Schritt machen wollen. Also entweder sie hängen fest in Krankheiten oder in ihnen brennt so was wie, ich wollte eigentlich schon lange was mit Kindern machen, aber jetzt hocke ich schon seit 20 Jahren im Büro. Und ja, ich traue mich einfach nicht. Ich weiß nicht, ist das das Richtige? Und Heike, könntest du mal bitte reinschauen? Ja, weil das kann ich nämlich. Ich kann so ein bisschen reinschauen in alte Themen, die einen vielleicht aufhalten und hindern daran zu gehen, weil es in der Familie so üblich ist, sich so und so zu verhalten. Also gerade viele Dinge bringen wir mit aus der Kindheit. Ja, aber wir bringen es auch mit aus unseren Genen. Ganz viel von unseren Themen, die wir immer wieder haben, sind in unserem Körperbewusstsein gespeichert. Und da kann ich ansetzen und hinschauen und bekomme Bilder, was da los ist. Jetzt sind wir ja in sehr interessanten und spannenden Themen, weil es gibt ja Dinge zwischen Himmel und Erde, die nicht zu erklären sind, aber die trotzdem da sind. Und es gibt halt Menschen, die daran glauben und es gibt Menschen, die das grundsätzlich ablehnen, weil sie einfach sagen, ich bin Ratio, das kann ich nicht anfassen, das kann ich nicht fühlen. Und wenn ich jetzt zu dir kommen würde und du sagst, du schaust in mich rein, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist spannend, ja. Die Frage kriege ich immer wieder gestellt. Und so richtig erklären kann ich das gar nicht, sondern du sagst mir einfach, mit was für einem Thema du kommst und ich kriege sofort Bilder. Also man muss sich das vorstellen, das ist wie ein Kinofilm für mich. Ich kriege Bilder und manchmal kann ich das gar nicht erfassen. Und in dem Moment, wo ich es aber ausspreche, was ich sehe, sagen die Menschen, ja, das ist total stimmig. Und ich kann manchmal, also ich hatte mal einen Fall, da konnte ich nicht mal, das war so ein Bild, ich habe das dann ausgesprochen, ich konnte es gar nicht greifen und die Frau hat gesagt, ja, total stimmig. Also das geht dann in Resonanz mit demjenigen, der kann das richtig fühlen, was ich da für Bilder kriege. Weil das sind Bilder aus der Ahnenreihe, was die Ahnen erlebt haben. Ja, und auch aus früheren Inkarnationen tatsächlich. Ja, und das resoniert sofort mit dem Körper. Da ist vielleicht ein Kribbeln, eine Gänsehaut und auch so eine Genugtuung, so sagen, ja, das ist total stimmig für mich. Und wir können da echt Ketten sprengen, habe ich schon. Also wirklich zu sagen, das will jetzt aus dem Speicher des Körperbewusstseins einfach raus. Das ist nicht mehr dienlich und man halt dann nicht nur sich, ja, wenn man sich dafür entscheidet, das rauszulassen oder abzulegen, sondern wirklich, das geht bis in die Ahnenreihe zurück. Und man ist manchmal, also nicht manchmal, man ist dann einfach diejenige oder derjenige, der hier ist, um genau diesen Schritt zu machen, jetzt das zu heilen in der Ahnenreihe. Sehr spannend. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht zum Change Manager und Management Trainer. Und im Rahmen dieser Ausbildung habe ich mich auch sehr, sehr intensiv mit den drei Ebenen des Bewusstseins beschäftigt. Du weißt, woher das kommt. Das kommt so von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, die das Ganze ja als Theorie damals noch quasi aufgeworfen haben, aber die moderne Hirnforschung das ja auch beweist. Und es gibt ja die drei Ebenen, das ist das Bewusstsein, das ist das, wo wir beide uns jetzt gerade unterhalten, im Hier und Jetzt. Dann gibt es das Unterbewusstsein, das ist das, was wir quasi träumen, was im Hintergrund immer abläuft, was permanent abläuft. Und dann gibt es das sogenannte Unbewusste. Und da gibt es ja diese Schranke zwischen Unbewusst und Bewusst. Das ist dann Angst oder Mut. Und es gibt ja vieles, was wir im Unbewussten mitgekriegt haben, genauso wie du das gerade sagst, was eben aus unserer Erziehung herauskommt, auch aus den Genen herauskommt, was wir mit der Geburt quasi mitgekriegt haben. Und was wir als Kind interessanterweise auch leben. Nur im Laufe des Heranwachsens baut sich da eine Schranke auf, bedingt auch durch äußere Einflüsse. Und dann haben wir Angst, dieses Unbewusste tatsächlich zu leben. Und jetzt lernt man dann jemanden, wie dich kennen, der eben diese drei Ebenen voll erfasst. Und du bist dann diejenige, die quasi diese Schranken sprengt. Und sehe ich das so richtig? Also ich zeige den Menschen, woher das kommt. Und dann frage ich, möchtest du jetzt diese Speicherung loslassen? Das ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung von demjenigen. Weil keiner kann einen anderen heilen, sondern ich kann nur ihnen zeigen, was möglich ist. Und derjenige, der zu mir kommt, der darf entscheiden, ob er das wirklich loslassen möchte. Und durch diese bewusste Entscheidung, da passiert so viel im Körper, das wirkt auch oft noch wirklich den ganzen Tag oder mehrere Tage nach. Und ja, ich sage immer, mein Film endet mit einem Happy End. Die Menschen gehen immer strahlend raus, befreit, erleichtert. Es ist einfach großartig. Das heißt, du hilfst eigentlich nur den Menschen, ihr eigenes Ich zu erkennen und dann auch mit Mut in die Zukunft zu gehen? Ja, oder dadurch, dass ich in diese Ebenen reinschauen kann, wo die anderen noch keinen Zugriff. Also ich sage immer, jeder Mensch hat die Möglichkeit, nur die meisten nutzen es nicht, weil sie nicht wissen, wie. Und ich gehe praktisch in diese Ebenen rein, kriege diese Bilder, lege es offen und es kann sogar in diesen Ebenen von früheren Leben, können wir diese Energie einfach wandeln. Ja, weil wir sind Energie. Das ist einfach Naturgesetz. Alles ist Energie. Und Energie, wir wissen, aus Licht wird Wärme oder gleichzeitig Licht und Wärme. Ja, also es gibt so viele Formen und dadurch, das machen wir uns im Prinzip zunutze, dass wir Energie auch jederzeit wandeln können. Und das passiert. Genau. Und das merken die Menschen dann auch am Körper, dass es kribbelt, dass es irgendwo fließt, dass es sich leichter anfühlt. Weil wir haben oft manchmal solche energetischen Rucksäcke, sage ich immer. Ja, das merken die Leute dann an Nacken, an Schultern oder dass sie Kopfweh haben oder es eben im Kopf zu viel wird. Und ja, ich nehme mit den Menschen die energetischen Rucksäcke ab oder löse sie von irgendwelchen Fußfesseln. Genau. Es ist sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir natürlich in so einer spirituellen Ebene mit drin. Und da ist für mich jetzt die Frage, glaubst du denn, dass da auch ein höheres Wesen namens Gott, wie er auch immer heißen mag, mit eine Rolle spielt oder ist das eher nebensächlich für dich? Also, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und ich, für mich ist, ja, der Glaube, dass wir sind Gott. Ja, wir sind die, die Gott in uns tragen, die dieses Göttliche in uns tragen. Und wenn wir in das höhere Bewusstsein gehen, dann spüren wir das auch. Ja, wir kriegen auch Antworten. Vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert. Wenn du nicht weiter weißt, einfach das abzugeben, ja. Dieses, ich weiß jetzt keine Lösung, wer kann mir jetzt helfen? Und dieses Abgeben, da begeben wir uns in diese höhere Ebene. Und vielleicht ist dir auch so passiert, also ich kriege dann immer Antworten. Und wenn es nur kleine Wortbrocken vom Nachbartisch sind, wo man gerade vielleicht im Restaurant sitzt oder plötzlich ein Flyer im Briefkasten ist, irgendwas, ja, so ein Impuls, und dem darf ich dann folgen. Und das ist das Wichtigste, dem dann auch zu folgen und dir zu vertrauen. Also dieses Urvertrauen, das in uns ist, das ist für mich Gott, ja. Da fällt mir jetzt gerade was ein, also das können die Zuhörer draußen ja auch gerne mal erfahren. Ich bin ja jetzt in zweiter Ehe verheiratet und meine Frau kommt aus Kenia. Und eigentlich war das ein riesen, ein großes Risiko, dass ich da eingegangen bin, weil wir kannten uns ja nur aus Urlaubssituationen. und sie war dann im, ja, von Dezember bis Januar 2021 auch hier in Deutschland zu Besuch bei mir. Da durfte sie mit dem Schengen-Visum kommen. Und ich wusste, das ist die Frau, mit der ich leben möchte. Sondern dann waren wir in Zelle, den Augenblick werde ich auch nie vergessen. Ich hatte vorsorglich auch die Ringe schon mit, weil ich wusste, es ist irgendwann passiert. Und dann sind wir dort in eine Kirche gegangen, wo ich auch zwei wunderschöne oder, ja, wunderschöne, aber auch traurige Momente erlebt habe. Das eine ist, ich durfte dort die Hochzeit eines wirklich guten Freundes miterleben. Das war das Wunderschöne. Und das Traurige war, wir haben ihn dort auch nach seiner Krebserkrankung und seinen Tod dann auch dort verabschiedet. Also alles in dieser Kirche und deshalb hat die Kirche für mich persönlich eine große Bedeutung. Und ja, wir sind da reingegangen. Ich hatte die Ringe in der Tasche. Meine damalige Freundin stand neben mir. Und ich habe dann wirklich den Herrgott da am Kreuz angesprochen und habe mir einfach im Geist nur leise die Frage gestellt, meinst du, dass das das Richtige ist? Und in dem Moment hatte ich einfach, es kam die Antwort sofort. Das kann man jetzt nicht beschreiben, das ist vielleicht, man hat mir das als Spinnerei abtun, aber in dem Moment kam die Antwort und ich wusste, es ist das Richtige. Und ja, und dann habe ich sie dort gefragt und war dann ganz witzig, nachdem sie dann gesagt hat, Ja gesagt hat, kam dann so eine alte Dame um die Ecke geschlurft, die Küsterin, mit einer kleinen Flasche Sekt und zwei Gläsern und hat gesagt, ich glaube, es gibt was zu feiern. Wir waren vorher gefühlt menschenleer in der Kirche, also wirklich ganz alleine. Und ja, heute, wir sind jetzt fast ein Jahr verheiratet und ich kann nur sagen, es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt. und das ist genau das, was ich auch meine und ich glaube, was du auch sagen willst, dass vieles wirklich in uns steckt, wir fühlen es, wir brauchen aber trotzdem ab und an mal jemanden von außen oder irgendein Signal, das uns einfach zeigt, ja, mach es, es ist das Richtige oder lass die Finger davon. Ja, oder ich habe Gänsehaut bei deiner Geschichte, wirklich, oh, so schön. Und ich war auch richtig, als wäre ich dabei gewesen und habe diese Kirche gesehen, die vielleicht auch heller wurde in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast. Ja, oft trauen wir uns in eigenen Gefühlen nicht. Das ist es, ja. Wie viele spüren in sich so einen Drang, was anderes zu machen im Job. Also ich bleibe jetzt mal einfach bei dem Thema und trauen sich einfach nicht und vertrauen sich nicht. Also es kommen viele Menschen zu mir, die tatsächlich ein Thema haben mit diesem Thema Vertrauen, ja. Es hat auch was mit Erdung zu tun, weil wir hier auf der Erde sind, wenn wir auf die, also geboren werden. Wir kommen an und im Prinzip ist für uns komplett gesorgt, ja. Und die Natur macht es uns immer wieder vor und das finde ich auch so wichtig, immer wieder zu schauen, hey, was ist denn alles in der Natur? Da ist nichts perfekt und es ist Fülle ohne Ende, ja. Es ist für alles gesorgt und so dieses Vertrauen, wieder zu erwecken und seinen eigenen Sinnen auch zu trauen, ja, wie und seinem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen. Das haben wir irgendwie verlernt, ja. Das wurde uns abtrainiert. Ja, das ist ja so. Also ich stelle das ja auch fest, als Kind bist du ja als Beispiel offen und auch farbenblind, muss man sagen, weil ein Kind kennt keinen Unterschied zwischen schwarz und weiß oder anderer Hautfarbe. Es sind alle Menschen. Es gibt da so eine schöne Anekdote, wo eben die Mutter, die das Kind nach dem ersten Schultagbesuch fragt, und sind denn da auch viele Leute, viele Ausländer in der Klasse? Und dann sagt das Kind, nein, es sind alles nur Kinder da. Und das ist genau das, womit wir ja auf die Welt kommen und leider ist die Erziehung und unser Schulsystem, das kann man an dieser Stelle auch ganz ruhig kritisieren, wirklich so darauf angelegt, dass vieles von dem, was wir mitbringen, uns abtrainiert wird. Ja. Um dann letztendlich brave, fleißige Steuerzahler zu werden, die gehorsam ihren Weg gehen und ja nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ja, das ist schon so ein Schubladensystem. Ich habe das aus der eigenen Familie. Mein Sohn ist eher so der, ja, der sitzt in der Ecke und man hat das Gefühl, er hört nicht zu und er kriegt alles mit. Er ist halt so die, der lernt halt anders. Er ist nicht der Aktive und wird oft kritisiert, dass er so teilnahmslos erscheint. Ja, aber er ist gut. Also, und in der Schule müssen alle brav in ihrer Bank sitzen und nach vorne schauen und dann ist man richtig. Und da fängt es auch an mit den Bewertungen, ja, das, wie du es gesagt hast, wo das Kind gefragt wurde, es sind nur Kinder da, ja, wir bewerten so viel, weil wir halt in der Schule gelernt haben, bewertet zu werden, die ganze Zeit. Und zwar nicht nach den positiven Sachen, sondern nach den negativen Sachen. Das hast du noch nicht oder das, also es wäre schön, noch nicht, aber auch so dieses, ja, es wird immer alles rot angestrichen, ja, und da wird richtig der Fokus drauf gelegt und das nehmen wir mit. Ja. Das nehmen wir mit ins Leben. Also ein ganz extremes Beispiel in dem Bereich bin ja auch ich, ich bin als Zeuge Jehovas aufgewachsen, ich bin in diese Sekte hineingeboren worden und habe mich dann ja von der Sekte gelöst und bin dann im Grunde genommen völlig allein gelassen worden. Soll heißen, meine Eltern haben sich von mir verabschiedet, ich habe bis heute zu meinen Geschwistern keinen Kontakt, ich kenne auch einen Großteil meiner Nichten und Neffen gar nicht, also das ist wirklich extrem und in diesen extremen Glauben wirst du eigentlich so erzogen, egal was du machst, es reicht niemals aus, du musst immer mehr machen und dadurch wird man letztendlich auch zum Getriebenen und ich habe viele, viele Jahre gebraucht, um dann damit klar zu kommen, das hat dann in einem Burnout bei mir geendet und dann habe ich ein Buch drüber geschrieben. Das war einfach nur Selbsttherapie, weil mein Therapeut gesagt hat, du musst das alles mal aufschreiben, du musst das irgendwie loswerden und dieses Buch ist heute sogar relativ erfolgreich am Markt zu bekommen. Aber, und jetzt kommen wir wieder zurück auf dein Thema, ich habe das nicht aus mir heraus geschafft, ich wusste, es ist nicht richtig, was ich mache, schon als Auszubildender, ich wusste, es ist nicht richtig, aber ich habe Hilfe von außen gebraucht, nämlich mein Ausbildender, der hat mir immer nur Fragen gestellt. Der hat mir nie eine Lösung angeboten, sondern immer nur Fragen gestellt. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie arbeitest du mit den Leuten? Bietest du Lösungen an oder zeigst du einfach nur das Bild und stellst Fragen? Genau. Also, die Klienten kommen mit dem Thema, dann höre ich mir das an, ganz sympathisch, höre ich da rein und spüre schon, man spürt ja, man nimmt ja alles wahr. Wie sprechen sie es? Wie fühlen sie sich? Wie verhalten sie sich? Und dann bekomme ich eben diese Bilder und dann frage ich, möchtest du das loslassen oder möchtest du, ja, möchtest du das machen, das, was in dir brennt? Ja, willst du dafür losgehen? Oder willst du, ja, willst du eine glückliche Partnerschaft? Es kommen auch viele mit Partnerschaft oder vor allen Dingen auch Krankheit, ja, und möchtest du, was möchtest du denn, ja? Viele wissen nämlich, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Und das ist der Punkt, da wieder hinzukommen, zu spüren, was will ich denn wirklich? Und das, das ist so dieses, das ist so diese Essenz, ja, wir wissen echt wirklich, was wir alles nicht wollen, aber wirklich, was wir wollen. da bleibt es oft im Dunklen, ja. Sehr, sehr spannend. Aber die Entscheidung, den Weg zu gehen, überlässt du dann wieder deinen Klienten oder wie nennt man die Leute, Patienten, Klienten? Kunden oder Klienten. Also im Coaching sagt man ja, Klientin in der Coaching-Ausbildung und als Heilerin würde ich sagen, Kunden, ja? Und ja, die Entscheidung ist ganz wichtig, ja, für mich ist ja auch, vielleicht kennst du meine, meine Gruppe und, und, und mein, mein, mein Credo sozusagen, ist, Glück ist eine Entscheidung, nämlich deine Entscheidung. das heißt, ich kann dir das nicht abnehmen. Es kommen viele, die sagen, oh, rette mich. Das sage ich, nee, dafür stehe ich nicht. Ich kann dich nicht retten. Ich kann dir zeigen, wo dein Licht brennt, ja, oder wo, was in dir ist, ja, und, 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 was vielleicht raus will aus dir und was, ja, was vielleicht nicht stimmig ist, wo du hinschauen solltest, aber die Entscheidung letztendlich, die darf derjenige immer selber treffen, weil das fühlt sich ja auch toll an, wenn ich entscheiden darf, wo es jetzt lang geht, ne? Also der, der Kunde, wo er entscheiden darf, wo es lang geht. Das kann ich nicht. Ich will auch gar nicht die Verantwortung. Also du bringst den Menschen dann wieder eine Selbstverantwortung. Ja, das ist auch so wichtig, selbstbestimmt, selbstverantwortlich, selbstheilend, ja, ich kann auch niemanden heilen. Ich kann nur sagen, was könnte denn, ja, was könntest du tun, damit es dir besser geht und dann aber auch umsetzen, ja, das ist so wichtig, dass wir wissen immer ganz viel. Ich sage immer, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge, ja. Ja, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja, ja. Jetzt schlagen wir aber mal so ganz kurz den Bogen auch zu den Webinar, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Das war ja an einem Mittwochabend um 20 Uhr, findet übrigens jeden Mittwoch statt und ja, da habe ich damals in den ersten Webinar auch dich gesehen. Also ich wurde eingeladen von der lieben Rosi Höss aus Wien oder aus der Nähe von Wien. Wien darf man hier nicht sagen, weil dann ist sie beleidigt. Wir kennen sie ja beide, ja, und da haben wir uns kennengelernt und da ging es um ein Thema, nämlich um das Thema Gesundheit und natürlich auch um das Thema Einkommen generieren und um das Thema Zellnahrung. Ja. Jetzt bist du ja sehr stark zwischen den Ohren unterwegs, also im Mindset. Wie passt jetzt die Zellnahrung dazu? Ja, also mir ging es auch so. Ich war auch an einem Mittwochabend in diesem Call, weil ich ein Interview gesehen habe von einer Heilpraktikerin, die ganz viele selber, ganz viele körperliche Baustellen hatte und zur Zellnahrung kam und sie ausprobiert hat und sich so viel verbessert hat. Und ja, wer mich kennt, weiß, Energiearbeit, Mindset, ich lasse mich auch von anderen Heilerinnen unterstützen, habe den Healy und ich habe aber gemerkt, da fehlt irgendwas und ich habe Fragen gestellt und mein Körper hat immer wieder signalisiert, ich brauche auch was Physisches, ja, ich muss ihm irgendwas noch mehr geben und ich saß da in dem Call und habe gedacht, ja, ich probiere es aus. Bei diesen ganzen Erfolgsgeschichten, die ich damals gehört habe, habe ich gedacht, ich probiere es aus, ja, und ich habe es ausprobiert. Es war nach zehn Tagen wirklich der Hammer. Ich hatte vor 20 oder über 20 Jahren einen Skiunfall und das wurde, ja, es waren drei Bänder kaputt, es wurde operiert. Es war kurz, vielleicht so zehn Jahre war es gut und dann fing es wieder an, da sich als Baustelle aufzutun. Ich konnte schlecht aus dem Auto aussteigen, aus dem Bett aufstehen. Morgens war, da musste ich schon voll wach sein, damit ich richtig gut hinstehe und nach zehn Tagen Zellnahrung trinken, war das weg. Wahnsinn. Das war einfach, ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ich muss gar nicht mehr überlegen, wie ich aufstehe, wie ich mein Bein aufstelle. Ich kann einfach wieder am Leben teilnehmen, ganz normal. Und ja, die drei letzten drei Jahre, die waren ja für uns alle sehr herausfordernd und plötzlich kehrte auch meine Lebensfreude wieder zurück. hat man mir nicht angemerkt, weil ich generell ein sehr lebensfroher Mensch bin, aber ich selber habe gemerkt, da war so viel Luft noch nach oben und das ist jetzt alles wieder da und auch so diese Gelassenheit. Wer Familie hat mit Kindern, der weiß, da braucht man echt Nerven wie Drahtseile und plötzlich hatte ich die wieder. Mein Sohn hat gesagt, Mama, du bist ja voll chillig. Und ich so, ja, stimmt, du hast recht. Das ist schon mal ein riesen Kompliment, wenn der Sohn meine Mama chillig findet. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich. Respekt, du machst da vieles richtig. Ja, da ist schon einiges gegangen, also wirklich. Ja. Jetzt ganz kurz die Frage, wenn du jetzt Patienten hast oder Klienten bei dir hast, wo du am Mindset arbeitest und du siehst dann, dass der offensichtlich auch Probleme mit seinem Körper hat, das dürftest du ja dann auch in deiner Arbeit erfassen. Ja. Wie schlägst du da dann die Brücke, dass du dann sagst, Mensch, ich kann dir zwar hier zwischen den Ohren helfen, aber du brauchst auch körperlich was. Ich lade sie einfach zum Info-Sum-Call ein und sie dürfen wie immer selber entscheiden, ob sie da diese Einladung folgen und was sie daraus machen. Genau, weil es kommen tatsächlich auch die Impulse, wir ganz häufig bei mir in den Sessions, dass es meistens bei den körperlichen Symptomen wirklich um Nährstoffmangel geht. Ja, wir ernähren uns zum Beispiel sehr proteinarm. Und Proteine braucht ja unser Körper, um andere, also die essentiellen, um andere zu bilden zum Beispiel. Und das, ja, die meisten Menschen, also zum Beispiel Vegetarier oder Veganer, also wir ernähren, wir haben uns, wir haben gelernt, uns relativ kohlenhydratreich zu ernähren und das wiederum zu Übersäuerung führt im Körper und viel zu wenig Proteine und das kann ja die Zellnahrung alles ausgleichen, auffüllen und, ja, und da kriege ich tatsächlich auch Bilder dazu und spiele das dann an. Und so kam ich auch zum Business, ja, wie die Jungfrau zum Kind tatsächlich. Ich wollte das nie und ich habe auch ein Jahr lang gar nicht so viel dann gemacht. Ich habe gedacht, ja, okay, ich fange es mal an, dann habe ich es wieder sein lassen und irgendwann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und ich habe Fragen gestellt und habe wirklich Antworten bekommen, habe die Antwort bekommen, ja, auch wenn die Welt glaubt, das widerspricht sich Heilerin, Heilbewusstseinscoach und dann macht sie auch noch das, ja, dass sie irgendwie Network macht, ja, oder Produkte verkaufen will oder anbietet oder Menschen einlädt dazu und für mich ist das aber total stimmig, ja, weil es widerspricht sich nicht, es ergänzt sich. Ist es auch, weil, wer das Buch gelesen hat, die Krankheit als Symbol, da ist das ja ganz klar auch dargelegt, also das ist ja, dass vieles, was im Körper oder im Geist nicht stimmt, äußert sich im Körper und umgekehrt, was im Körper nicht stimmt, äußert sich im Geist. Also, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Mindset und Körper und von daher bin ich da voll bei dir und ich glaube, dass es ja an deiner Stelle schon fast unterlassene Hilfeleistung ist, wenn du siehst, dass Menschen eben körperliche Defizite haben, dass du das dort eben nicht anwendest. Also von daher machst du aus meiner Sicht genau das Richtige, kann ich dich nur bestärken und lass uns den Weg da gemeinsam weitergehen. Ich finde das total spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge zerbrennt. Du bist ja jetzt in der Nähe von Freiburg, also nicht in der Stadt Freiburg, sondern in der Nähe von Freiburg. Ist ja, wir wissen das alle, die sonnigste Stadt Deutschlands. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst und da du, du bist ja viel im Internet unterwegs, der aus Berlin kommt, muss der dann zu dir kommen, um mit dir zu arbeiten oder geht sowas auch via Internet mittlerweile? Ja, ich mache das alles online. Also du weißt ja, ich habe mich 2020 selbstständig gemacht, da war ja alles dicht. Und ich hatte es auch vor, nur online zu machen. Meine Ausbildung habe ich natürlich alle offline gemacht in dem Bereich Quantenheilung, Coaching. Und es geht über die Ferne, Wir treffen uns in einem Zoom-Call und dann geht's los. Das heißt, so wie wir beide jetzt und dann erzähle ich und dann geht das los. Und wie viele Sessions braucht man da, um da so, ich sage mal so, gerade bei Lebensentscheidungen weiterzukommen? Geht das in einer Session oder wie läuft das? Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, was du so für Themen mitbringst oder wie die verstrickt sind. Ja, manchmal kommt jemand und denkt, ach, ich komme jetzt mit so einem ganz oberflächlichen Thema und dann geht's voll tief. Dann decken wir Sachen auf, die noch anderes mit sich ziehen. Also es ist unterschiedlich. Manchmal reicht eine Session, manchmal mehrere. Und ich biete ja auch so ein größeres Programm noch an, wo wir wirklich in die Umsetzung gehen. Also das ist hauptsächlich für Menschen, die eine Veränderung wollen, was Neues wollen, sich nicht trauen und sagen, hey, es ist schön, an die Hand genommen zu werden für diese ersten Schritte. Also ich bin kein Businessman, aber ich bin die Mutmacherin einfach, die jemanden an die Hand nimmt und sagt, hey, wie geht der erste Schritt? Ja, weil ich habe es ja auch selber erlebt. Ich habe 2019 durch ein Erlebnis, was ich hatte in der Familie, das hat mich so wach gerüttelt, habe ich gekündigt und alle haben gefragt, ja, und was machst du danach? So, ich weiß ich noch nicht. Ich musste kündigen, ja, weil es war mir zu viel. Es war an der Zeit und ich wusste, mit all den Fähigkeiten, werde ich was anfangen und der Zeitpunkt wird sich zeigen und wie wird sich auch zeigen und das war genau so. Sehr spannend. Also das, wir können uns ja, glaube ich, noch stundenlang unterhalten. Ja, mich interessiert das Thema natürlich. Ich bin, ich bin ja in dem Bereich LinkedIn-Coaching unterwegs und habe ein Buch geschrieben zum Thema B2B-Networking, also nicht jetzt Network Marketing, so wie wir das jetzt mit der Zellnahrung machen, sondern wirklich, ich habe für große Konzerne gearbeitet und große Projekte, internationale Projekte betreut und darüber schreibe ich in meinem Buch auch und wie Netzwerken an und für sich geht. Da können wir noch stundenlang uns drüber unterhalten. Sehr, sehr spannend. Jetzt ist die Frage, die Zuhörer und Zuschauer da draußen, die wollen natürlich wissen, wie können Sie die Heike denn finden? Wir werden nachher natürlich deine Website auch verlinken, aber du darfst sie trotzdem gerne mal nennen. Ja, das ist www.heike-maria-neumann.de Also relativ einfach und auf Facebook kann man dich auch finden unter heike-maria-neumann. Genau. Nehme ich an. Ja. Und jeder ist natürlich eingeladen, mit der Heike jetzt Kontakt aufzunehmen, gerade für die Menschen, die eben gerade einen Rucksack mit sich rumtragen. Finde ich sehr, sehr schön, dass es solche Menschen wie dich gibt und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit der Transformation und des Umbruchs, wo eben genau solche Menschen die Hilfestellung bieten, die einfach Fragen stellen, Bilder zeichnen und die Menschen wieder zur Eigenverantwortung führen, ist sehr, sehr wichtig. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du uns diesen wertvollen Impuls heute gegeben hast. Aber ich lasse dich natürlich jetzt nicht gehen, ohne meine berühmten drei Abschlussfragen. Ja. Das sind drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Einfach aus dem Bauch heraus antworten. Welches Buch liegt ungelesen neben deinem Bettkasten und muss gelesen werden? Ich habe in alle schon mal reingelesen. Also gibt es gerade keins ungelesen. Okay. Sehr spannend. Dann würde ich dir meins empfehlen. Das hier, Erfolgsgross Networking, erschienen im Goldeck Verlag. Ja. Würde ich dir auch empfehlen. Dann die zweite Frage ist, egal ob derjenige schon gestorben ist oder noch lebt, wen möchtest du gerne zum persönlichen Gespräch treffen? Neil Donald Walsh. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Wer ist das? Der hat ein Buch geschrieben. Der hat eine, da gibt es einen Film von ihm und das Buch dazu. Vor allen Dingen Gespräche mit Gott. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist ein Band, besteht aus drei Bänden. Ja. Er war auch dachlos und hat diese Gespräche mit Gott angefangen und hat es niedergeschrieben und steht auf großen Bühnen. Das Buch ist tatsächlich noch auf meiner Bucketlist. Also ich wusste jetzt, ich konnte nur mit dem Outdoor jetzt nichts anfangen, aber perfekt. So und dann für die Zuhörer und Zuschauer da draußen auch einen echten Mehrwert. Wenn wir jetzt gleich zu Ende sind, dann wollen die natürlich gleich was tun. Was würdest du den Menschen raten, was sie in fünf bis zehn Minuten umsetzen können, um ihr Leben oder das Leben ihrer Umgebung qualitativ zu verbessern? Mit einem Lächeln immer rauszugehen und andere anzustecken. Das ist einfach das größte Geschenk, was wir anderen Menschen machen können. Also ich sehe so viele, die laufen hier rum. Hier ist die schönste Natur, heute der schönste Sonnenschein und sind in Gedanken versunken unterwegs, grübeln und leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Die sind einfach nicht da. Nein, geht mit einem Lächeln und Staunen durch die Welt. Das hält am gesündesten. Und steckt andere noch an. Das ist so ein schönes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Liebe Heike, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und liebe Zuhörer, Zuschauer da draußen, wenn ihr Fragen zu euren Leben habt, dann sprecht gerne die Heike an, lest aber auch gerne mein Buch und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auch abonniert. Es gibt ganz wertvolle Podcasts in dieser Serie und lernt auch mich gerne kennen. Heike, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Zoom-Call. Ich danke dir für die Einladung, für dieses tolle Gespräch. Wir danken diesen tollen Podcast hier und ganz viele Menschen dürfen mir damit inspirieren. Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich danke dir.